Einen recht schönen guten Freitagmorgen der 19. Januar wünscht euch die Bauernhausen willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr seht, es hat geschneit diese Nacht und es ist kalt geworden. Also kalt in Anführungszeichen um minus drei Grad. Der Winter ist zurück. Und da wird gemistet, alles abgeschort mit dem Schorl. Zum Misten Kühe eingesperrt. Sonst hat man den ganzen Tag Zugang zu den Raufen. Hier ist eine Raufen. Und diese hier ist auf zwei Seiten zugänglich. Hier auf dieser Seite fressen die Rinder. Und auf dieser Seite hier die Kühe. Gut, ich konnte bitte einen kleinen Überblick machen. Wir können ganz sicher drei Ochsen anmelden. Und dann haben wir noch eine Kuh, die auch geschlachtet werden muss. Das kann ich morgen noch anmelden. Jawohl. Ja, ein schöner Morgen. Endlich wieder mal kommt ein bisschen Sonne hervor. Und es hat geschneit, diese Nacht. Und wir haben minus drei Grad. Also der Schnee, der wird im Moment bleiben. Ja, und weil es so schön ist, marschiere ich da schnell auf dem Hügel neben unserem Haus um einen kleinen Rundblick mit dem iPhone zu werfen. Für euch liebe YouTube-Freunde. Jawohl. Und die Numa ist auch dabei. Ja, die hat Freude. Die hat Freude. Jawohl. Die hat Freude. Und da der kleine Rundblick. Bauernhof. Wohnstock. Und hinten das Holzhaus. Und ganz hinten sieht man praktisch nicht. Das ist noch das Wohnstöckchen. Die Sicht. Wunderbar. Ja, wir hatten so lange keine Sonne mehr. Tut echt gut. Mal ein paar Sonnenstrahlen. Echt schön. Und diese schöne verschneite Landschaft. Mit dem Wald. Schön. Ja, da hinten der Jura. Und etwa da der Meissenstein. Und dann geht es da weiter runter. Ja, gut. Ja, ganz gut. Ja, ganz gut. Ja, ganz gut. Ja, ganz gut. Ganz gut. Ja, ganz gut. Ja, ganz gut. Ja, ganz gut. Ja. Ja, gut. Die kann das gut erleben. Die Nummer. Ja. Die kann das gut erleben. Ja. Ja, gut. Gut! Gut, 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 gut! Sprigga, sprigga, sprigga! Gut, gut, gut! Gut, 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 gut! Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, liebe YouTube-Freunde, seht ihr das? Das wird dann ein Rosenstrauchhalter, drei Meter hoch, von der Anne zusammengeschweißt, mit den Reifen der Räder, mit dem Eisenreifen der Räder. Ja, das gibt eine kalte Nacht, wolkenfrei. Ja, schön, wenn es mal richtig kalt wird. Das gefällt dem Bauhaus. Okay, und ich sage gerade Tschüss zusammen, wünsche euch einen schönen Tag, danke fürs Zuschauen und man sieht sich. Tschau, tschüss, tschau, tschau. Und jetzt ist ein glückliches Feierabend. Nacht ist es schon.